Alt und Neu. Zu sagen, wir müssen aus dem alten Gebäude Denkmalschutz, Auflagen, ein neues Gebäude entsprechend entwickeln und dann natürlich auch bewohnbar machen, sprich nutzbar machen. Das war eine große Herausforderung für uns und für die ganzen befindlichen Bauformen. Es waren bestimmte Auflagen vom Landesdenkmalamt. Im Vorfeld wurde darüber gesprochen. Das Denkmalamt wollte natürlich, dass das Gebäude so blöd wie es ist. Sprich das Dach runter, sanieren, wieder drauf machen. Fassade runter, sanieren, wieder drauf machen. Und das geht nicht. Das Gebäude stammt aus 1890 als ehemaliges Munitionsdepot für die Festungsanlage von Ulm. Historisch ist natürlich das Dach, sehen Sie durch die roten Form. Zum Zweiten unsere Sparringköpfe, die Sie hier sehen, die auch sehr, sehr stark konturiert sind. Und entsprechend war das eine Herausforderung, wieder ein historisches Dach aufzubringen und natürlich die Fassade nach innen zu dämmen. Das heißt, wenn wir außen gedämmt hätten, wäre diese Sparring nicht mehr sichtbar gewesen. Durch die Beschädigung hatten wir einen sehr starken Wassereintritt ins Gebäude, was einfach dazu geführt hat, dass sämtliche Tragbalken an der Dachkonstruktion feucht waren und geschimmelt haben. Unser Präfarmaterial, was wir jetzt hier verbauen werden, ist deutlich weicher und wird solche Spannungsrisse nicht mehr haben. Die Problematik war ja die historische Dacheindeckung und entsprechend haben wir dann natürlich mit dem PREFA-Partner das Dach gefunden, das auch das Landesdenkmalamt absolut für gut empfunden hat. Und somit haben wir nämlich Qualität, Kompetenz und das Preis-Leistungs-Verhältnis alles aus einer Hand bekommen. Deshalb haben wir uns für das PREFA-Dach entschieden. Wir haben hier in den einzelnen Platten so viel Spielraum, dass du hier auch Unebenheiten in der alten Dachkonstruktion ausgleichen kannst. Wir kommen da wunderbar voran. Die PREFA-Dachlösung ist für uns in diesem Gebäude mehr wie prädestiniert, weil PREFA bietet uns nicht nur eine sehr leichte und robuste Dacheindeckung, sondern bietet vor allem einen dampfdiffusionsoffenen Aufbau. Die Details dahingehend sind so konzeptioniert, dass das Dach hinterlüftet ist. Die Firma PREFA hat nicht nur ein sehr formschönes und leichtes Dach entwickelt, welches komplett durchdacht ist, sondern bietet uns Planern auch im Bereich der Fachplanung wirklich kompetente und hervorragende Unterstützung. Das komplette Gebäude gefällt mir sehr, sehr gut, weil einfach die alte Struktur erhalten geblieben ist. Vor allem auch mit diesen landesdenkmaltechnischen Auflagen sind wir in sehr, sehr guten Händen gewesen. Vom Gefühl her kann ich nur sagen, dass ich mich gut gefühlt habe. Man hat sich aufgehoben gefühlt über die sachliche und fachliche Beratung, über die Kompetenz. Mit PREFA würden wir jederzeit wieder bauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. wo-droğen ich wir oben auch Wir müssen wir Hersигр